Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter hier bei Wetter.net. Wie bereits am grünen Donnerstag angekündigt, kommt nun das bisher wärmste Wochenende des Jahres auf uns zu und die Temperaturen erreichen auch wie erwartet stellenweise 25 Grad und mehr. Und damit haben wir dann schon den ersten Sommertag des Jahres 2018. Überall ergrünt und erblüht es, aber aufgepasst, auch der Pollenflug erreicht hohe Werte. Und das ist vor allen Dingen für Pollenallergiker eine sehr hohe Belastung. Die Großwetterlagenkarte von heute Mittag zeigt es schon, das Schönwetterhoch Leo ist bei uns angekommen und bringt auch heute am Freitag schon 10 bis 13 Sonnenstunden. Sonnig und trocken geht es dann auch weiter bis zum Montag. Am Samstag werden dabei 15 bis 25 Grad erreicht, am Sonntag 18 bis 27 Grad und auch am Montag, da wird es mit 15 bis 25 Grad ähnlich warm werden. Oftmals scheint dabei die Sonne vom blauen Himmel herab und es herrscht am gesamten Wochenende bestes Ausflugs- und Grillwetter. Am Sonntag haben wir aber hier im Westen eine leichte Trübung in der Luft. Das liegt am Sahara-Staub, doch dazu später mehr. Zunächst noch ein kleiner Blick in die Woche hinein. Auch am Dienstag wird es noch mal relativ warm sein mit 17 bis 25 Grad. Später gibt es dann einzelne Schauer und Gewitter und die bringen etwas Abkühlung mit. Aber die Temperaturen liegen auch am Mittwoch bei 10 bis 22 und am Donnerstag bei 12 bis 21 Grad. In der gesamten kommenden Woche ist kein neuer Wintereinbruch zu erwarten. Ja, zurück zum Sahara-Staub. Hier mal die Staubkonzentration über Nordafrika und über Mitteleuropa am heutigen Freitag. Und dann sehen wir eine sehr hohe Konzentration hier in Nordafrika, aber noch keine Konzentration in Deutschland. Das ändert sich zum Sonntag hin. Dann haben wir nämlich den Staub auch hier mitten über Mitteleuropa und über Deutschland hängen. Ja, und das sorgt für die Trübung der Luft und des Himmels am Sonntag. Und da können wir uns dann am Sonntagabend auch über herrliche farbige Sonnenuntergänge freuen. Mit diesen Aussichten wünsche ich Ihnen ein tolles Frühlingswochenende. Tschüss, bis Montag.